Elektro- und Schaltanlagen für die Region und die Welt 1990 gegründet etablierte sich die USA GmbH in der Energiebranche als Einzelauftragsfertiger im Elektro- und Schaltanlagenbau. Von der Planung über die Fertigung bis hin zur Montage liefert sie Elektroausrüstungen für die Industrie und Energieversorgung. Das Leistungsspektrum umfasst Energieverteilungsanlagen, Kabelverteiler, Transformatorenstationen, Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen bis 24 kV sowie Automatisierungs- und Steuerungsanlagen und Serviceleistungen im Solarbereich. USA ist anerkannter Zulieferer für rund 70 Prozent aller deutschen Energieversorgungsunternehmen. Kontinuierlich konnte der Umsatz in den vergangenen Jahren seit 2014 um fast 30 Prozent gesteigert werden. Ergänzt werden die Aktivitäten auf dem deutschen Markt durch internationale Vertriebsstrukturen sowie Produktion und Einsatz vor allem in Polen, Russland und der Mongolei. Aktuell beschäftigt die USA GmbH 415 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern im Elbe-Elster-Kreis. USA bietet regelmäßig Schülerpraktika sowie Schülerferienarbeit an. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen unter anderem die Freie Schule Übigau, die örtliche Feuerwehr, den Halbmarathon Elsterlauf, die Fußballmannschaft des SV Lok Übigau und das Heimatmuseum Übigau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017